Draußen hat es ein Grad. Wenn ich da so raus schaue, die Sonne blinzelt ganz leicht hervor, aber sie wird uns nicht wärmen. Der Reichweitenrechner zeigt mir also einen Wert an, der ungefähr ein Drittel niedriger ist, als wenn ich also die Innenraumheizung also weitgehend ausschalte und dafür, weil man ja trotzdem kalt ist, die Sitzheizung aktiviere. Hätte das Auto also auch eine Lenkradheizung, dann ist ein ganz konkreter Tipp, wer hier in Richtung maximale Reichweite gehen muss im Winter, die Innenraumheizung auf niedrige Temperatur einstellen, dafür die Sitzheizung aktivieren, hat auch Lenkradheizung, diese aktivieren, dann fährt man um ungefähr ein Viertel bis 30 Prozent weiter.